Hallo Leute, Maffi und wir spielen weiter The Darkness 2. Komm mal her. So, ich muss jetzt erst mal rausfinden vom Buddha's Sicht kommt. Was soll ich? Swipe, Diktok, okay. Okay. Da ist er. Nee, dich nehm ich grad mal nicht Ich brauch nämlich dem Synergie Ich brauch mich an dich ran Ha, ich wusste es doch Ich hab das Gefühl einer hat überlegt Der Circus ist wirklich ein bisschen gemein Ah, geh sterben Ich seh da etwas was mir nicht gefällt Sag mal könntest du jetzt auch mal Danke Okay Das war nicht so geplant Na, schon besser Von Was? Du Störbst jetzt erst mal Das ist aber kein Raketen-Bear-Faul, ne? Doch ist das Was? Ah ne, das ist nur sowas Okay Kommt man da oben rauf? Enten über die Leiter, okay Aber sonst ist hier nix Gut Auf nach oben Glauben wir ist ein Shop Glauben wir ist ein Shop Hm, aber kein Kein Redikt weiter Das ist ein Shop Lass das haben wir schon Hm Wir heben uns erstmal die restlichen Punkte auf Wie da lang? Und wieso nicht Wie da lang? Ah, okay Weil es hier nicht weiter geht Na, das erklärt halt jetzt Hm, kann ich ihn noch ein bisschen mehr kaputt machen? Ja Das ist momentan Etwas zu still hier Ah, okay Big Prizes, big Prizes Play big to win big Here you go Jenny, I can't do this right now I promise, I'll tell you that secret Here you go kid How could you refuse an offer like that from such a pretty girl? Win here and trade up to the big prize I promise, I'll tell you that secret Ich kanns grad irgendwie gar nicht aufnehmen Q E Naja, dass ichs aufnehmen kann Jackie Are you okay? What's wrong? Hehehe Hehehe Ich hoffe mal Dass das grad gespeichert hat Jupp hat es Es gefällt mir wirklich nicht, dass hier so viel Munition rumnimmt Aber jetzt nutze ich meinem die Chance nochmal Um nochmal ein bisschen hier mich umzuschauen Natürlich kommst du da nicht rüber, ist klar Oh Oh Come on Jackie We can win the big blue and Hello Hello So Hey Ich probiere hier die Waffe aufzunehmen, aber das Wildrad irgendwie nicht Ich probiere hier die Waffe aufzunehmen, aber das Wildrad irgendwie nicht Dass ich die Waffe nicht aufnehmen kann. So, sammeln wir diesmal keine Munition ein. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das behoben hab, irgendwie. Das ist das Geheimnis.